Wie wird nun mal Detective geschrieben? Weil da unten ist alles rot. Da stöhnt wer drinnen, Zombiel. Wir müssen den Mann retten. Fängt mir T an und hört mit Eto auf. Ja, da bin ich. Aha, ok. Manus Detective. Was machst du? Ich bring den Müll raus. Nein! Hauf damit. Komm in den Anfangsraum. Ja, ich komm. Ich bin aber ein lieber Mann. Ich war die ganze Zeit unten in den Keller. Oh, Gott sei Dank, hallo. Ist ganz nett. Achso, ich dachte schon, wer ist denn jetzt tot. Da ist Germann, das ist Manuel. Der Germann. Geh Mann, bitte, danke. Geh Mann. Bin, hör auf die Leiche zu vergewaltigen. Nein, ich steh voll drauf, mach weiter. Mr. Moore. Oh Gott. Mr. Moore Gameball. Oh, ja. Über mich bitte, über mich. Von oben nach unten, gegen seinen Kopf. Ja. Geh weg Mr. Moore. Ja, ja, ja. Darf ich ihn abschießen? Nein. Nein, darf ich nicht. Warum solltest du mich anschießen? Weil ich jemanden Fetisch auslegte. Ja, aber weil du so aggressiv bist. Du bist aggressiv, weil du mich töten willst. Echt mal. Ey. Was ist denn ein... Ey. Ach, Diffuser. Das ist doch nicht aggressiv. Was ist ein Diffuser? Ich verstehe nicht. Äh. Irgendwas mit C4. Willst du auf die Preise? Nein. Wieso bist du verletzt? Wieso bist du verletzt? Mordano, warum bist du verletzt? Achso. Na gut. Ich denke, es sind Mordano und Holly. Oder Holly und GLP. Als ob. Wie begründest du deine... Okay. Jetzt verdächtig bist du verletzt. Holli sticht mich mit dem Messer. Holli, 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 Holli. Okay, hab ihn getötet. Ganz ehrlich. Jetzt bin ich auf, wenn ich tot bin. Dillay? Dillay? Dann ist es Mr. One-Hit. Das Messer One-Hittet dich, Holli. Okay. Das heißt es auch nicht. Dann ist es Zombie. Manu. Ich dachte auch, dass es von hinten One-Hit ist. Aber es ist... Keine Ahnung. Manu. Ihr dürft Manu exekutieren. Ey, ich bin's nicht. Ihr dürft Manu exekutieren. Ach man, ja, dann versteck ich mich jetzt bis zum Ende der Runde. Ich würd sagen, Mordano ist es. Warum bin ich's? Es ist Manu. Tötet Manu. Es ist Manu. Manu bleibt übrig. Woher bist du das? Mir wurde angegriffen. Du hast gesagt, es ist Holly und ich bin's nicht. Und Mordano hat das von sich aus direkt so gesagt. Ich hab ja gesagt, dass es Holly ist, um davon abzudenken, dass ich Traitor bin. Ja, ne, das glaub ich nicht. Das brauch ich dir nicht zu. Vielleicht bin ich der Traitor. Manu ist in der Haupthalle unten. Manu ist in der Haupthalle unten. Ich schieß auf euch. Manuil, du kannst nicht wegrennen. Ich bin's weiter. Was? Was war das denn? Hab ich den Hedgehog gegeben? Wie lächerlich. Hä? Ich hab gar nicht auf deinen Kopf gezogen. Ich war direkt tot. Leute, 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 Leute. Alle drei kommen zu Manu. Leute, Leute. Manu war später. Du wolltest mich töten, dass der Mordes verletzt meine Gesch- Es wär richtig geil, wenn die auch diese Schlicker jetzt plötzlich kommen und bam. Oh, die Schlickra. Die Schlackra. Die Schlackra. Abschlickern. Ja. Denken, das ist noch pleite. Ah! Ah! Schlacken, 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 Schlack, Schluck, Schlack. Nein. Okay. Ah, mein Rücken. So. Okay. König Mord hat mich geschlagen. Ja, abschießen. Sofort, direkt. Ich bin Detective. Ah! Es ist dem Hedgehog gegeben. Los. Oh, Mann. Mord. Rennen gekillt. Sir. Was? Oh. Ich bin Traitor. Oh, ups. Oh, ich bin ja Traitor. Und ihr seid alle tot. Ja, hab ich wohl gewonnen, ne? Ja. Gut, danke für die Aufnahme. Man sieht sich. Tschüss. Und nur einmal gewinnen. Das reicht mir schon. Einmal im Leben. Genau. Er spielt schon so seit ungefähr 15 Stunden mit, hat es aber noch nie geschafft zu gewinnen. Er wartet nur darauf, um diese eine Runde dann zu verwenden und danach abzuhauen, weil er uns hasst. Richtig. So sieht's leider aus. Wow, hier kommen Zombies. Oh, ja, hab ich gehört. Oh. Mein Geist stand gerade neben dir. Genau, du machst doch die Zombies so dumme. Brain. Genau. Guck mal so einen Zombiefilm und dann F mal die Zombies nach. Ich bin tot. Warum schreibst du jetzt die Daten rein, alle sind auf dem Server? Weil das jedes Mal macht. Das ist Tradition. Tradition. Kann sein, dass du ekelhaft fett bist? Ja, ist er. Das ist auch eine große Rolle. Das weiß ich nicht. Hallo. Hallo. Hör auf zu häumen. Die ganze Runde einfach so reden nur. Warum gibt's hier eigentlich nur Pistolen? Hallo, Holly. Es gibt auch andere. Oh, ich weiß auch. Oh, Holly. Hey, 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 komm mal her. Oh, Holly. Komm mal her. Holly. Okay, warte erstmal. Echo, 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 Echo. Hallo. Kannst du warten? Kannst du warten? Wenn ich sterbe, ist es außerdem Holly. Wer ist es? Ja, ja, ja. Nein, da gibt's nur irgendwie so einen geheimen Raum und ich will wissen, wie man da hinkommt. Ja. Genau, zwei, dann würde ich auch wissen. Dann steht 93% Workshop complete. Ja, dann mach mal weiter, du Bastard. Bin drauf. So, die kommt mal dahin. Jetzt sag nicht, der einfach die Tür öffnet. Ähm, da hat jemand geschossen, ne? Ja, ja, das war hier. Mr. Moore. Das ist Mr. Moore. Yeah. Woher wusstest du das? Ist das denn? Hast du geschossen? Was du geschossen hast. Wir haben aus Versehen. Mr. Moore schießt immer aus Versehen. Ja, aber diesmal hast du nicht so laut geatmet. Ist schon mal ein Fortschritt. Au! Oh! Da explodiert hier alles. Schilt hier einer? Irgendjemand hat einen Laden hochgesprengt. Ja. Oh. Da stehen Polizisten vor der Tür. Ich mach's gleich auf und schau, da jemand gestorben ist. Polizisten. Alter Moore, wie oft wirst du eigentlich Detective? Ist doch nicht mehr normal. Ist er schon wieder, oder wat? Ja. Ich mach die Aufgabe halt gut. Ich weiß nicht, was er hat. Ja, wir werden die ganze Zeit befördert. Hey Zombie, komm mal zu mir. Zombie? Maudato, Mr. Moore. Ja. Zombie, hä? Hä? Oh! Was ist los? Guck mal, das ist hier mein Lieblingsautomat. Ja Team Fortos, hab ich schon gesehen. Stimmt ein paar auf der Map rum. Kann man die spielen? Okay. Kann jetzt mal bitte einer eine Giato zünden? Oh, da ist ein Zweimännchenknopf. Den kann man zu zweit spielen. Hä, warte lass. Was ist das? Okay, hier drin ist auf jeden Fall jemand gestorben an der Traitor-Fahrer. Oh. Ach, da drin. Oh Gott. Hä, haben wir überhaupt nie mitbekommen? Hallo. Oh man, Zombie. Oh man, oh. Dario. Okay. Hä, wieso Zombie? Hä? Hast du ihn gerade erschossen? Nein, ich bin doch hier vorne. Ja eben, deswegen verstehe ich nicht. Hast du ihn verwechselt? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Da ist gerade jemand. Könnt ihr mich mal aufklären? Twitter! Oh, das war jetzt schon die düppste Runde aller Zeiten, ey. Was ist passiert? Was ist passiert? Könnt ihr da jetzt noch nicht drüber reden? Zombie, Zombie! Komm, ey. Komm, ey. Komm, ey. Komm, ey. Bist du Traitor? Oh, oh. Warte, ich lade danach. Es bin Detektiv! Ey, diese auffällige Pose, wenn man diese Sachen nutzt. Oh, oh. Schuhe, du kennst. Geht das? Was? Ne. Wenn ich Traitor bin, ne? Dann geh ich ja raus. Oh, cool. Aua. Entschuldigung, ey. Was passiert? Du musst doch die Tür aufgemacht haben, oder? Ja. Ja, guck mal. Ich war Traitor bin da reingegangen. Der Detektiv steht vor der Tür. Der Zombie macht erstmal die Tür auf und lässt den rein. Und das hab ich natürlich, weil ich auch dumm bin, direkt gesagt. Oh, Zongbei. Und ihn damit voll verraten auch noch. Ah. Wir waren beide jetzt richtig dumm, einfach. Hä, ihr habt den in diesen Traitor-Raum reingelassen, oder was? Ja, ich hab gesehen, dass es bis der Mordelang gelaufen ist und hab einfach aufgemacht. Und ich war da drin. Und dann hat er mich jetzt nicht verfolgt. Mein Radar hat mir wieder angeregt, dass da was ist. Was bist du denn für ein Arschloch, Alter? Ich dachte mir so, als die Tür sich geflirrt hat. Oh. Hä, Jon Moor, warum sagst du uns nix? Scheiße, bitte. Ja, wie kacke bist du denn? Ohne Scheiße. Er sagt nicht, dass Dario Traitor war. Er sagt nicht, dass Zombie Traitor ist. Ja, das weißt du auch sehr nicht. Ja, das war aber klar nach der Aussage von dir. Ja, stimmt. Also hätte ich grad gesehen und du hättest die Aussage gemacht, hätte ich sofort gewusst. Stimmt. Ja, aber wir wussten es ja nicht, deswegen war es uns auch nicht klar. Hä, Mr. Moor hat mich doch getötet. Äh... Holly, hast du grad jemanden erschossen? Ja. Ich hab die Barfrau erschossen. Holly, komm mal her. Nicht tot. Jetzt hab ich eine Waffenhandwaffe erschossen. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich dann... Na, okay, dann war es echt nur. Ich wollte dich gerade jetzt mit der One-Shot-Waffe töten. Ähm, nein, gib sie mir doch mal. Hi, wenn wir Manu töten, dann kriegen wir die One-Shot-Waffe. Ja, das ist auch verlockend. Na, dann wär der Detective Töten. Ich werd dich jetzt gleich mal töten. Ich wär auch dafür. Zombie töten. Ja, Holly, tötet Zombie. Holly. Nein! Ich erlaube die Holly zu töten. Äh, Zombie zu töten. Ja, okay, ich darf Holly töten. Hallo? Äh, nee, wie da meiß ich mich? Meinst du, ich treff den da hinten mit der One-Shot-Waffe? Welchen? Maudado oder... Moor? Schade. Den, äh, Moor. Den Moor. Den Moor. Bist du nicht mehr interessant? Achtung, Mr. Moor, die liegt eine Brandgranate. Find ich gut. Nein! Äh, Holly? Wie ist die Kugel ab da hinten? Hey! Manu, ich hab die Kugel abgeknallt. Ja, ich auch. Keiner hat Schaden bekommen. Keiner hat Schaden bekommen. Ja, ich hab auch die Kugel abgeballert. Äh, wo ist Delay? Ah, du meinst mein Kopf? Delay? Nein! Boah, Alter. Mieter ist geflogen. Äh, Mr. Moor, wieso kommst du da hinten aus dem Badezimmer raus? Keine Ahnung. Ich hab doch geguckt, ob der Delay ist. Moor ist es! Moor ist es! Aua! Und wieso ist da Blut drin, Mr. Moor? Wo? Wo? Geh da rein! Geh da rein! Du gehst da jetzt rein! Vor der Tür! Vor der Tür liegt doch Blut. Öffne die Tür! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Da ist einer drin der ihn angeballert hat! Finds nicht! Aua, ich wurde angeschossen, ich wurde angeschossen! Ah, da drin sind zwei Traitor, da drin sind zwei Traitor und er hat die nur aus Versehen angeballert. Ja, ich hab recht! Ich hab... Oh Gott, ich hab doch nicht recht! Da drin sind beide! Dann ist es, Moorado ist es! Moorado ist es! Moorado ist es! Ich bin, Moorado, Moorado! Oh, da ist er doch! Nicht behindert! Mach mal Auffallig. Moorado komm schnell! Es sind alle tot. Dieser Raum, wie der aussieht. Alter. Nein, 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 ich schieb mich da drinnen niemals leben. Boah, Junge. Hängen schnell alle auf, schnell. Wie will das aussehen? Mordado, wie aktiviert man das eigentlich? Mit E. Einfach drauf gucken und E drücken. Da ist eine Hand, dann machst du E. Weil mir der Detective nicht geglaubt hat, dass es Mr. Maul ist. Da hat mir keiner geglaubt. Ich habe Maul dann sogar noch Fake angeballert. Oh, hier fällt aber durch die Tür. Um zu gucken, ob er mich dann direkt anschießt. Der Raum ist richtig übel. Das ist mein Lieblingsraum in dem Spiel. Lass uns hier Satan beschwören. Komm schon, lass uns Satan beschwören. Verbrenn alle. Ist das hier ein Traitor? Was ist das hier? Hier sind so Knöpfe. Shuriken, Shuriken. Er hat Shurikens genutzt. Ohne Spaß. Ich kriege wieder gar nichts mit. Wo seid ihr in eurem Leben? Das hat man voll gesehen, Mo. Ich habe es gehört. Hä, hast du mir einen Hedge... Äh, ich bin tot. Entschuldigung. Ja, Dario. Bin ich nicht lang, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du... Wer lebt jetzt noch? Ne, Mordado. Mordado lebt auch noch. Ich lebe auch noch. Ich bin zu. Dann ist Mordado. Ich bin zu. Du geschießt mich jetzt. Das hat doch gar nichts gemacht. Bleib steh'n. Ah, wir gucken uns den Tod an. Ich glaube, die Lass ist wirklich... Hä? Nütz den Visualizer mal. Ja, warte mal. Wie geht das denn nochmal? Magneto-Stick. So, pass auf hier. Hä? So geht das doch gar nicht. Wie geht das denn? Du musst den aufheben. Hebe ihn auf und nutze ihn richtig. Nicht wegwerfen. Da stand ich. Hier, das bin ich. Und das war Mord. Krass. Und jetzt analysier mal den. Ich bin nicht. Oh! Ich... Drum, let's play. Drum, let's play. Ich hab gerade einen Traitor gekillt. Bist du echt Eno? Hä? Weil du dich die ganze Zeit nicht dazu geäußert hast. Der ist nicht Eno. Der ist nicht Eno. Ich bin nicht Eno. Ich bin nicht Eno, okay. Ich hab gerade meine... Ich hab meine... Ich hab meine... Ich bin's wirklich nicht, Manu. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin's wirklich nicht. Weil ich es ewig nicht mehr benutzt habe. Also wenn du es nicht bist, Manu, dann ist er's. Ich hab gerade einen Traitor gekillt. Ja eben. Oh mein Gott. Ja, sag ich ja auch ihn. Oh krass. Delay nicht. Delay ist... Weiß nicht. Ich hab keinen... Ich hab tatsächlich keinen Beweis. Aber weil ich weiß nicht, wie ich es bin. Ich hoffe nur, dass ich dich jetzt vorher finde. Befolgen, wenn jemand auf die Idee kommt, dass ich es bin. Na, ich steh direkt hinter dir. Ich hab schon eine Versuchung. Oh Gott, er brennt. Zombie umgelegt. Ah ne, das schon. Gehörst du das? Maudado, du kannst nicht ewig wegrennen. Hörgerlich. Okay, ich bin's Maudado. Okay, er ist Maudado. Oh Gott, ey. Ich hab das mal gut geweckt. Danke, Maudado. Das ist mir von 250. Ja, ja, ich... Komm, wir leben jetzt glücklich und so. Nein, bleib doch hier. Was denn? Achso, ich kann das. Hey, Bart, 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 Bart. Ich werd hier zum Zombie und du gehst aufm Stuhl zum Zombie. Hey, parst. Ich brenne. Nein, doch nicht, oder? Hallo Manuel. Holly? Ja? Ja? Der Visualizer hat meinen Tod nicht angezeigt, weil Mr. Mosmich mit Wurfstern tot geworfen hat. Auf der Tür, guck mal. So, auf der Tür. Aha, okay. Deswegen wurdest nicht angezeigt. Bis zum nächsten Mal.